Wir befinden uns hier auf der Ausfahrt Kirchheim-Ost in Fahrtrichtung München an der Autobahn 8. Dort ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen, über die Leitplanke geschleudert und hat sich mehrfach überschlagen. Der Pkw war mit vier Personen besetzt. Alle vier Personen sind vermeintlich unverletzt und haben eine Klinikaufnahme und Behandlung abgelehnt. Hier vor Ort sind drei Rettungswagen, ein Notarzt und der Einsatzleiter Rettungsdienst. Die Klinikaufnahme Die Klinikaufnahme Untertitelung des ZDF für funk, 2017